1,5,4,3,2,1 Das ist ein gescheiden Startschuss. 2600 Häuflerinnen und Häufler sind unterwegs. Die einen ein wenig mehr verkleidet, statt ein wenig weniger. Das grosse Münster quält sich langsam über die Startlinie. Das geht in der Höhe. Sie sind weiter. Hopp, hopp, hopp! Auch die Footballer sind hier. Statt 10m Sprints, 5km Sprints. Caminwagen. Die weisse Ballone mit Theresia Müller ist auch schon vorbei. Sie als Taubblindläuferin hier unterwegs. Für einen guten Zweck. Die Weisse. Der Wacken. Der Wacken. Der Wacken. Der Wacken. Es läuft schminkig. Es rammt hier die Schokolade. Wir kommen am Schlüpf. Herr und Frau Klaas. Uta Moraes. Immer noch Hartstäupel. Und in Belage des Andro. Die Schokolade. Die Schokolade. Papa, Papa, Papa! So, jetzt gehören die Letzten auf die Strecke langsam an sieben.